Apropos Durchschnitts. Ein kluger Mann wird sich einem freundlichen, glücklichen, großzügigen, nachdenklichen, loyalen, dankbaren, unterwürfigen, also eine Durchschnittsfrau nehmen, die ihn liebt, ihn anbetet, die ihm ein Bier, ein Sandwich, einen Blutjob gibt und dann verdammt nochmal die Klappe hält. Über einen neuen, böse, schlampe, Boss-Babe. Every day. Lass mal auf Englisch vorlesen. Speaking of myths. A smart man will take a kind of happy, generous, thoughtful, loyal, grateful, submissive mit, who will love him, worship him and who will give him a beer, a sandwich and a Blutjob and then shut the fuck up. Over nine bad bitch, Boss-Babe any day. Sex, Sandwich, Silence. Hat schon Kevin Samuels gesagt. Die 3S, die eine Frau mitbringen sollte. Okay. Ganz wichtige Lektion. Eine der wichtigsten Lektionen. Das Wichtigste für einen Mann, und wenn ihr es vielleicht noch nicht gelernt habt, dann solltet ihr es lernen, ist Frieden. Okay. Ruhe. Nicht eine Frau sich ins Leben zu holen, die einem das Leben zur Hölle macht. Das ist übrigens auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass ihr mit keiner Frau zusammenkommt, für die ihr mehr Gefühle habt, als sie für euch Gefühle hat. Weil diese Frau wird immer dafür sorgen, dass ihr unter Spannung steht sozusagen. Und das ist kein Frieden. Das wird, ihr könnt nicht ruhig durch euer Leben gehen. Ihr könnt nicht ruhig durch euren Alltag gehen. Das ist unter anderem auch die Konsequenz davon. Das heißt, lieber eine durchschnittlich oder überdurchschnittlich attraktive Frau, die aber eine Frau, die freundlich, glücklich, loyal, die dankbar ist, die submissiv ist, die dir Essen macht, ein Bier gibt, die dir ein Blowjob gibt und die natürlich auch ihre Fresse hält. Also genau das Gegenteil von dem, was ihr vorhin bei der anderen gesehen habt. Lieber solltet ihr so eine Frau bevorzugen und wertschätzen lernen, ganz wichtig. Auch wenn sie vielleicht jetzt keine neun oder zehn ist, aber die wird euch am Ende mehr Ruhe in euer Leben bringen und euch glücklicher machen, langfristig gesehen, wie eine supergeile, mega heiße, attraktive Independent Woman, die Boss Babe ist und euch aber das Leben zur Hölle macht, weil sie wahrscheinlich auch noch 80 andere Probleme mitbringt. Das ist übrigens etwas, was du als Mann lernen musst. Die meisten Typen entscheiden natürlich erstmal über das Aussehen, das machen wir alle, selbstverständlich. Das heißt nicht, dass du dich, übrigens, das heißt nicht, dass du dich für eine unattraktive oder eine Frau, wo du sagst, ich finde die jetzt nicht besonders hübsch, entscheiden sollst. Okay, es gibt auch attraktive Frauen, die das alles mitbringen, aber hier geht es darum, dass es nicht eine sein muss, wo du sagst, boah, das ist eine zehn von zehn, das ist, uh, Bruder, die ist hot wie sonst irgendwas. Die aber am Ende nur Probleme mitbringt. Schneide da ein bisschen davon ab, akzeptiere, dass sie keine zehn von zehn ist, aber dafür hast du halt vor allem, wenn es um das Thema langfristige Beziehungen geht, hast du halt am Ende des Tages deine Ruhe. Und das ist etwas, was du wirklich als Mann lernen musst. Du musst lernen, auf diese Red Flags zu achten. Ich habe ein Video gemacht, 40 Red Flags. Guck dir das an. Wenn sie keine davon hat, super. Oder nur eine oder zwei maximal. Wenn sie mehr als drei, vier davon hat, raus, weg damit. Egal, wie hübsch sie ist, egal, was auch immer, egal, ob sie Jungfrau ist, ob sie einen niedrigen Bodycount hat, weg damit. Lernt wirklich, sogar für F+, aber da ist es ein bisschen einfacher, sie zu handeln, weil da könnt ihr sofort sagen, komm weg. Zurück mit dir, nach hinten, Schlange anstellen, ich ziehe jetzt mal andere vor. Das geht in Beziehungen sehr schwer. Aber ihr müsst halt lernen, wenn ihr mit einer Frau eine Beziehung eingeht, dass ihr mit dem Kopf entscheiden müsst. Okay? Rational. Ist sie eine gute Entscheidung? Entscheide ich mich für einen Menschen, der mir zumindest bis jetzt, für das, was ich gesehen habe in den ersten sechs Monaten, der mir keine Probleme mitbringt, wo ich keinerlei Probleme sehe. Und das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, und das ist ja das Harte daran, dass selbstverständlich, wenn du eine Frau kennenlernst und du sagst, boah, ich finde die mega heiß und die zieht mich mega krass an, aber sie hat fünf Red Flags, was weiß ich, das und das und das und das und das und es ist schwierig mit ihr, dass du ihr keine Chance geben darfst. Never ever. Ohne Ausnahme. Egal wie weh das tut. Und es wird sogar sehr wehtun. Absolut. Das kann ich unterschreiben. Das kann ich dir garantieren. Vor allem am Anfang, wenn du das nicht gewohnt bist. Wenn du nicht gewohnt bist, diesen attraktiven Frauen einen Korb zu geben. Oder sofort dich aus dem Staub zu machen, sobald du merkst, die fangen an, Spielchen zu spielen. Das kann ich dir garantieren.